Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder der Tessi und es geht munter weiter mit den Starter Builds. Der Kreuzritt ist noch offen, da schauen wir uns jetzt mal an, wie der in die neueste Season. Season 21 startet, ihr seht im Hintergrund, wir starten diesmal mit den Skills. Neben Bestrafen und Provokation haben wir auch die Kavallerie dabei, um eben schneller von einem Mobhaufen zum anderen zu kommen. Wir haben zusätzlich die Eisenhaut dabei mit reflektierender Haut, denn Ansucherset ist ja das Dornenset. Bedeutet also alles, was irgendwie Dornenschaden erhöht oder Dornenschaden bringt, nehmen wir in dieser Skillung natürlich gerne mit. Gebot der Tapferkeit ist noch dabei und dann last but not least natürlich der Champion, kombiniert mit Prophet, um das Ganze hier auch ein bisschen besser abzurunden. Inbrust, weil wir ja eine Einhand nutzen, Standhalten, Eiserne Jungfrau und Unzerstörber sind dann die passiven Talente, welche wir in der Skillung noch nutzen. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, das ein oder andere auszutauschen. Zum Beispiel das Snap-Talent wäre eine ganz gute Option, wenn ihr die Skillung auch im späteren Verlauf spielen wollt. Denn Sehigkeitstechnisch solltet ihr hier mehr oder weniger ganz gut aufgestellt sein. Muss man natürlich hier mal ein bisschen antesten. Also es ist jetzt keine typische Haut-rauf-Skillung, muss man dazu sagen, sondern hier müsst ihr auch ein bisschen auf was achten. Blutsbruder haben wir in Kanais-Würfel gefolgt von den Nemesis-Armschienen, damit es einfach mehr Leaderbacks gibt. Das ist natürlich auch nie zu verachten. Und natürlich Duft der Zeit, damit die Schreine bzw. die Pylone, also Duft der Zeit funktioniert nicht auf Schreine, sondern nur auf Pylone. Das sind die Besseren, doppelt so lange anhalten. Wir spielen das Ganze mit Haken und jetzt seht ihr schon mit einem gelben Sockel, weil Dornenschaden. Also die reinen DPS-Werte, welche euch diese Skillung anzeigt, die könnt ihr gleich mal freiweg ignorieren. Sondern es ist die einzige Frage, die sich stellt, ist, wie viel Dornenschaden haben wir und wie viel physischen Schaden können wir erhöhen, damit dieser Dornenschaden eben noch mehr ausmacht. Und wenn ihr dann direkten Kontakt zu den Gegnern habt, also ihr geht rüber und ihr haut mit Bestrafen und so weiter direkt drauf, dann sollte sich die Sache gleich erledigt haben, weil der Output-Damage bei der Skillung natürlich super, super hoch ist. Also alles, was hier mit diesem Dornenschaden in Kombination ist, auch beim Gürtel sehr wichtig. Ein Dornenschaden ist ein sekundärer Wert, bedeutet also bei den ganzen Items, schaut ihr, dass die primären Werte Ziegigkeit haben. Also da ist halt alles mögliche drin zwischen All Resi, Vitalität, Stärke und so weiter. Und im sekundären, der müsste drauf rollen, da sollte überall ein Dornenschaden oben sein, um die Skillung hier auch wirklich mal ein bisschen voranzubringen. Weil es natürlich einen riesigen Unterschied macht, wie viel Dornenschaden ihr insgesamt habt, da es durch die Talente erhöht wird. Bedeutet also für uns, überall, wo es geht, wo es möglich ist, wenn man das Ansucher-Set sollte generell schon mit Dornenschaden daherkommen, aber alles andere, da müssen wir natürlich drauf achten und auch den Dornenschaden drauf rollen. Elementarschaden, wie schon gesagt wurde, ist physisch, das heißt also überall anderes, wenn es möglich ist, sollte man zusätzlich noch einen physischen Damage-Erhöhung mit drauf rollen, um das Ganze abzuziehen. Ihr seht schon, wir haben hier mit über 100.000 Dornenschaden gespielt. Wenn alles ab ist, geht das glaube ich so auf 2, 2,5 Millionen hoch und reicht deswegen auch schon ohne Gems, also fast ohne Gems gespielt diesmal, sondern wir haben den Dornen-Gem mit ausgerüstet gehabt. Also den solltet ihr auch am Anfang, sobald ihr den habt, auf jeden Fall mitleveln. Deswegen ist das auch als Starter-Set ein bisschen suboptimal, weil ihr wisst ja nicht genau, wann dieser Gem kommt, da ja der Drop nicht fix ist. Also es kann schon mal sein, dass ihr hier 10 Portale spielen müsst, bis ihr erstmal Zugriff auf den Dornen-Gem habt und sobald ihr den da habt, gehen natürlich alle Punkte in den Dornen-Gem rein, weil das im Damage-Technischen einen enormen Unterschied macht. Es ist aber dennoch möglich, auch wieder wie ihm gewohnt, ohne Paragon und so weiter gespielt, damit einen 70er Rift zu machen, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen kniffliger, als es mit den anderen Sachen ist. Aber jeder, der eine Herausforderung haben möchte, kann sich hier gerne an die Skillung wagen. Vielleicht noch eine kurze Aussicht, was euch mit dem Kreuzritter in der Season 21 erwartet. Ihr werdet weiterhin auch wieder im Meter vertreten sein als Rift Guardian Killer. Also trotz des Nerves lässt der Kreuzritter den 150er Guardian unter 3 Minuten schmelzen und führt damit die Spitze für die Rift Guardian Killers an. Also es ist durchaus möglich, noch den Kreuzritter auch in der neuen Season zu spielen, egal ob jetzt im Solo-Rank oder auch in der Gruppe, aber nicht zum XP-Farmen. Okay Freunde, das war's wie immer. Wenn es irgendwer Fragen gibt, ab in die Kommentare und ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.